Mellie, vielen Dank für deinen Follower. Ich glaube, das wären richtig dicke Freunde, du. Die sterben sogar füreinander. Sehr gut geht's mir, sehr gut. Ein bisschen müde mittlerweile, aber sehr gut. Hey, so tun, als ob ich arbeite, das kann ich. The guard will inspect it, and then bring it to the backwood. What do you mean, they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Alles klar. Die Mission ist, ähm... Hammy! Schlaf schön! Äh, ja, wahrscheinlich. Aber schlaf schön, erhol dich. Was genau? Ich mach mal die Waschmaschine an. Mach das, Hammy, da freu ich mich schon drauf. Morgen, wenn du mit deiner grinsenden Schaufel wieder Menschen verprüfst. Zeroed, ja, auch eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Ich quasi die Leute zu, das kann ich. Ich verstehe jetzt, warum Katzen... Die sitzen manchmal einfach die ganze Zeit vor der Waschmaschine sitzen. Ist schon schön. Das sieht aus, wie ein Schlaf. Was, du, ein Idiot? Das ist schrecklich. Komm schon, ich bin ziemlich sicher, dass es schlechte Dinge zu tun gibt in diesem Dump. Oh, ja? Ich glaube nicht so, Mann. Ich weiß, ich habe einen Mann verprüfung die Schaufelge. Das muss man besser sein. Oh, ja? Well, zumindest du bist nicht überrascht mit Arschlöchern. Ist das etwas passiert hier? Ich mache mich nicht zu, Mann. Just, einfach weg. Was? Hey, kann I help nah, but I wish you could nobody sees dirt the way I do Yeah, you seem really good at what you're doing. Yes. I am an excellent cleaner I hate dirt dirt leads to germs germs leads to disease and disease leads to death. Well, okay, I'll leave you to it fine. Thanks Hey, hey, I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? That's rules and regulations nothing I can do about it. It's the card man I need your name and number Mm-hmm You sure I'm not on the list. What's your name again? Leo closer. It's not here. Oh Get over here you idiot now, let's get that card Okay, just need to fill it up with sheets now Mm-hmm Es könnte ein bisschen dauern, bis wir genügend Wäsche haben Hmm Hmm Dann mach ich das halt selber. Ja, aber die ist doch noch nicht gefaltet. Ich kann hier... Na, da kann ich einmal aufheben. Entschuldigung. Ich hab nur die dreckige vom Boden aufgehoben. Okay, doch jetzt. Wenn halt keine Hausfrau. Man kann sowas nicht. Die Frage ist es, ob uns das Spiel ein Feedback gibt, wann es genug ist. Hm, irgendwann wahrscheinlich. Jetzt kommt hier immer wieder neu, ja. Und da drin sieht das aus, als ob nichts drin wäre. Eben. So, dann wird das das wohl nicht sein. Ach mal, Manuel. Schreib doch sowas nicht. Hm. 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 Kommen sie mit? Nein, nee. Da waren ich. Ich hab nur gedrückt. Jetzt. Da war ein Schlagloch. Hm. Muss ich jetzt die ganze Zeit versteckt sind, oder reicht das einfach irgendwen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Time to get rid of that guard now. Warte, noch nicht, ne? Ich hab nur geguckt. What are you doing? Get the hell back to work. What are you doing? Yeah, sure, but there's a problem with that washing machine. Oh, yeah? What's the problem? I don't know, it's broken. Hm. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Gott. Ich habe gerade keinen Ard, was ich tut da? Kann ich den da hinten auch kaputt machen? Der Typ ist wieder weg. Hahaha, er ist wieder da. Der Typ ist wieder weg. Der Typ ist wieder weg. Was ist wieder weg? Was sind diese Maschinen? Verdammt. Okay, also an dem... Wieso hat der mich denn gesehen? Ich war doch dahinter. Und der andere hatte doch den Rücken zu mir. Ich bin mega schlecht in sowas. So, lag neben. Was ist wieder weg? Was ist wieder weg? Was ist wieder weg? Was ist wieder weg? Was sind diese Maschinen? Oh Gott. Oh Gott. Ihm. Ich muss mich jetzt zu spüren. Oh Gott. Kann ich gerade nicht, weil der Typ da stand. Jetzt kann ich da rüber. Aber irgendwie kann ich hier nicht viel machen. Okay. So, Tür ist offen. So, hier hinten sollen noch mehr lagen. Und jetzt können wir hier irgendwas machen. So, hier hinten soll ich die Schilder in die Schilder legen. So, das ist ja... Ja, okay. Hey, listen. Gib mir die Schilder. Alles. Bitte schön. Wie? Keine Ahnung, Keine Kekse. Das ist schon tricky. Nicht ein Fan von Hüten? Nicht wirklich. Ich hoffe, dass diese Bühne zusammenbinden wird. Was bedeutet das? Das sind Bühne. Nicht eine Bühne. Du wirst immer wissen. Oh, Scheiße! Ich gehe einfach mal hier. Ja. Dann würde ich etwas sagen. Wir brauchen eine Lichter. Ja, verdammt es. Ich gehe zuerst. Nein, du bist okay? Ich bin okay? Ich bin okay. Läuft bei dir. Oh, verrückt. Hier hinten ist nur ne Taschenlampe. Hallo. Brauchst du sonst irgendwo Licht, dann sag mal, wo ich mal hinleuchten soll. Ja, wahrscheinlich wird meine epische Quest sein, hier so hochzugehen. Okay. Wieso muss ich in der Scheiße schwimmen? Boah, da vorne kannst du ein bisschen duschen. Du hast bestimmt sauberes Wasser. Ja. Aha. Warte. Mal ein Kratzen. Ah, okay, warte, du bist hier hinten. Na toll. Das ist kaputt gemacht. Ich versuche hier wenigstens ein bisschen Licht zu machen. Ist doch gut, oder nicht? Oh, come on. Hm. Hey, Vincent. I need some light over here, Leo. So? Looks like that one stopped the water flow. Danke. Schöter noch. War nett. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Du kannst übrigens auch rennen, ne? Hm. Shit. This should work. Ich möchte übrigens betonen, dass während du hier der Taschenlampenhalter bist, ich hier der Scheißeschwimmerer bin und alles, ne? Ja, so riechst du auch. Toxi, Hallöchen. Da ist die Super 22. Da sieht man sich. War das jetzt gewollt synchron oder aus Versehen? Gewollt? Nein, aus Versehen. Ganz super. Immune oder Hölle? Äh... Hölle. Äh... Naja, toll. Spiele ich schon... Ich sehe übrigens nichts mehr. Wo bist du denn? Das ist mir egal. Das ist ganz toll. Hallo? Da ist irgendwas. Und ja... Tue ich, Toxi. To, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Hallo? Nimm dir mich mal jemand ab und... Wo bist du denn? Ihr geht doch einfach nach dem grünen Pfeil da! Ja, der ist... Der ist... Wann? Shit! Toll! Warte! Ich seh doch nichts! Ich seh halt literally nichts! Wie kann man sich denn davon aufnehmen? Indem man halt nichts sieht. Oh, warte, 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 da ist was. Hallo! Hallo! Den ist unterstrich so. Gute Nacht aus 2 Uhr, die Seehoden irgendwie 7 Uhr, euer doofer Co. dreht. Dennis, schlaf gut und tut mir leid, dass du 5 Stunden länger IC sein musstest. Are you kidding me? Just remember to push against my back. Huhu, Privatdozent 1, 2. It's too high, man! I used to do this as a kid all the time. You're nuts! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh nein! It'll be much quicker if we go together at the same time. Why you gotta do this? Whoa, whoa, whoa! Slow down! Okay, okay! Warte, wo? Mette? Get some soon. Uh-huh. Fine! Get easy, man! Okay, all right, all right! Uh-huh. Oops. Okay, all right, all right! I'm waiting! Oh! I love Steve. Forget it! You're fucking serious! A wrench would be nice. There's only one place you can get that, the workshop. Yeah, dammit. I guess it's the same way down, right? Yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit.